Freitagnachmittag ist Saftdrillennachmittag und das Ganze machen wir mit einer guten Unterstützung unserer Festtool-Maschine. Einmal unsere Oberfräse, das ist in dem Moment nicht die ganz große, sondern unsere mittlere. Die haben wir neu, ein richtig cooles Teil. Und mit unserer Festtool-Vakuumpumpe, da haben wir das Ganze hier einmal fest fixiert. Deswegen, jetzt los geht's, Saftdrillen fräsen. Saftdrille ist gefräst, XXL Stirnholz Nussbaumschneidebrett, Saftdrille, 4 cm, 70 cm, 40 cm groß, richtig geiles Teil.